Auf diesem Kanal stelle ich dir immer die besten und neuesten Airdrops vor. Hier sind einige Videos, die ich kürzlich gemacht habe, wo ich mehr oder weniger bekannte Airdrops vorstelle, wo man ein bisschen Investment machen muss oder eben teilweise auch keins. Und im heutigen Video gibt es vier Airdrops, die du ohne eigenes Investment nutzen kannst. Und quatsch mal da gar nicht lange dran rum, gehen wir einfach direkt mal rein. Der erste ist Q-Scription. Q-Scription ist von Q-Coin gesponsert oder ausgespinnt, wie man möchte. Und das ist super easy, sich hier einzutragen. Ich habe dir einen Link in die Infobox gemacht, das ist bei all diesen Projekten so. Damit kannst du dich einschreiben und das war es dann hier eigentlich auch schon. Und schon bist du dabei und kannst eine dieser vier Boxen bekommen. Du kannst jetzt das Ganze noch erhöhen, deine Chancen, indem du dich bei Twitter damit verbindest, wenn du einen Twitter-Account hast oder indem du zusätzlich Leute einlädst. Dadurch kommst du höher im Ranking und hast eine größere Chance, eine von den selteneren Boxen hier zu bekommen. Aber letztendlich, selbst wenn du es nicht machst und einfach nur die Uncommon-Box bekommst, hast du durch zweimal Klicken auf einen Link dich für diesen Airdrop qualifiziert. Und bei Airdrops können zwischen ein paar hundert bis ein paar tausend Dollar drin sein. Also das ist leicht verdientes Geld. Der nächste ist 3hub.io. Das ist im Prinzip eine Plattform, wo es um alles rund um Web3 geht. Und auch die haben einen Airdrop hier schon angekündigt. Man bekommt hier zum Beispiel Punkte, indem man sich hier täglich einmal einschreibt. Das ist kein großes Ding. Du kommst ja einmal im Tag rein, klickst drauf, bist dabei. Und eben dadurch kannst du weiter Punkte bekommen, indem du auch andere Leute einlädst. Es geht bei all diesen Airdrops immer darum, möglichst viel Aufmerksamkeit zu erhalten. Und das bekommt man natürlich am ehesten, indem man Leute einlädt. Das heißt, dieses Invitation-Programm oder Social Earning, was letztendlich auch wieder einfach nur ist. Du musst irgendwas tweeten und dann bekommst du Punkte dafür. Und auch hier wird es einen Airdrop geben und auch hier kann man sich sehr leicht dafür qualifizieren, indem man gerade die genannten Schritte eben durchführt. Dann Gravity oder GRVT. Das ist ein Privacy-Projekt, was ich auch schon mal vorgestellt habe auf CK Sync. Und ebenfalls hier einfach mit dem Link anmelden. Damit bist du dann automatisch auf dieser Waitlist. Und du siehst, da sind schon ein paar Leute drauf. Und dann qualifizierst du dich für eine von diesen CK Sync Mystery Boxen. Keine Ahnung, was da drin ist, aber am 14. Januar wird das Ding aufgemacht. Und das heißt, dann wissen wir ein bisschen mehr. Das heißt aber auch, du musst ja jetzt innerhalb der nächsten paar Tage aktiv werden, um dich für diese Box noch zu qualifizieren. Das ist, glaube ich, auch eine sehr coole Möglichkeit, weil hier wiederum kostet absolut nichts. Du musst dich einfach nur eintragen und dann bist du dabei. Und das Letzte hatte ich auch schon mal vorgestellt. DOP Testnet, auch mega easy, auch ebenfalls alles ohne Kosten. Das ist auch so ein Privacy-Projekt, weil es eben auch im Testnet läuft, sind alle Transaktionsgebühren, die hier so anfallen, Testnet-Transaktionsgebühren. Das heißt, du kannst hier diese Testnet-Token for free claimen und dann hier verwenden und gibst dafür eben nur dieses Testnet-Geld aus, was kein Geld ist. Und ja, wenn du dich hier durchgeklickt hast, das dauert eine Viertelstunde, diese Task auszuführen, dann bist du auch dabei. Dann kannst du es liegen lassen und du siehst, der Token wird im ersten Quartal 2024 gelauncht. Das heißt, innerhalb der nächsten drei Monate. Da muss man jetzt auch nicht ewig warten. Insofern, ich kann eigentlich nur empfehlen, schaut euch diese vier Sachen auf jeden Fall an. Kostet nichts und checkt auf jeden Fall die anderen Airdrop-Guides. Einige davon, wie gesagt, sind ebenfalls kostenlos. Einige haben nur Transaktionsgebühren. Und bei einigen kann man auch ein bisschen was investieren, teilweise aber auch mit ziemlich cooler Rendite. Insofern ist das eine echte Chance. Manta gibt es Neuigkeiten übrigens zu. Da mache ich jetzt gleich nochmal ein separates Video zu. Das werdet ihr dann sehen. Das ist, glaube ich, auch ziemlich cool, was da gerade passiert. Auf jeden Fall damit herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und dann sehen wir uns bald im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.